Heute bleibt der Bürotisch von Nadine Barkos leer. Die Projektleiterin aus dem Bereich Kommunikation packt einen Tag lang an der Verkaufsfront der Migroare mit an. Nadine Barkos absolviert heute ihren Seitenwechsel. Die Projektleiterin ist erst vor kurzer Zeit zur Migro-Familie gestossen. Als neue Mitarbeitende, die vor allem das Arbeiten im Backoffice gewohnt ist, darf sie beim Seitenwechsel nun erfahren, wie es ist, mit Kunden in Kontakt zu kommen, einen Supermarkt am Laufen zu halten und vieles mehr. Ja, es war eine ganz neue Situation für mich. Vorher war ich natürlich eine Kundin und durchgelaufen, habe meine Sachen gepackt und bin gerade in Salo Heim. Und jetzt habe ich mal selber hinter der Kulisse gearbeitet, habe Sachen eingeräumt, habe das Lager gesehen, habe erfahren, wie es läuft, mit der Ware anliefern, wie man das auffüllt, auf was man schauen muss. Und von daher war es eine sehr gute und spannende Erfahrung. Mit dem Seitenwechsel steigt nicht nur das Verständnis für die unterschiedlichen Abläufe im Betrieb, auch der Austausch zwischen den Mitarbeitenden wird gefördert. Der Vorteil über den Seitenwechsel ist, dass wir unser Tagesgeschäft zeigen dürfen, dass die Leute, die bei uns vorbei kommen, wenn sie Entscheidungen zum Treffen haben, mit uns anschauen können, wo es uns unterstützt und wo sind vielleicht die Schwierigkeiten, die uns knacken. Und selbstverständlich aber auch das Netzwerk, das wir pflegen können, dass wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt, wo der Seitenwechsel vorbei ist, dann können wir anrufen und auch können Ihnen fachmännische Hilfe in Anspruch nehmen, weil wir sie aber schon kennen.